Präsentiert vom Salzburger Lagerhaus Wir Gärtner, wir sind immer der Zeit voraus und denken jetzt schon an den Frühling 2015. Herzlich Willkommen bei Garteln in Salzburg. Jetzt ist die Pflanzzeit der Blumenzwiebel. Und da gibt es zwei große Gruppen. Die fürs Staudenbeet, fürs Blumenbeet. Da habe ich zum Beispiel die Narzissen, die Tulpen, Hyazinthen, wunderbar, und die Alium. Alium ist ja der große Star der letzten Jahre. Ganz wichtig bei allen Blumenzwiebeln, eine gute Qualität kaufen. Also ganz unbeschädigte Zwiebel, dann werden sie kräftig wachsen. Die zweite große Gruppe, das sind die kleinen Wilden. Und die werden bei mir in der Blumenwiese gepflanzt. Also Rasenziegel ausstechen, Erde lockern, Hornspäne einstreuen und dann bunt gemischt die Krokusse, die Schneeglöckerl und alles in die Erde hineingeben und die Blaustirnchen. Das wird ein buntes Nesterl festtreten. Und fertig ist die Blumenzwiebelpflanzung. Ich wünsche viel Spaß beim Garteln.